so ein wunderschönen und willkommen zurück zu hexen was derzeit katastrophe ist oh mein gott ich freue mich schon es ist mein persönliches herzensanliegen mit unserer special map weiter zu machen ja das kann man so ein raumchen lassen ich möchte sterben na gut mal gucken überhaupt sind auch wenn ich die schalter schon sehr wir sind drin also ich glaube ja okay da waren wir bereits gut das heißt ein bisschen wieder raus was dann sieht diese fix aber auch nicht durch diese stahlgitter noch du wie die feuer bellen da ja 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 r ok hier geht es nicht weiter alles begin ähm das war typisches rufstechstimme, das wollte ich scheitern die sache ist ich denke ich schaue gerade in die falsche falsche richtung wo denn wo ist wieder hängen geblieben? ah ne hier war ich schon das ging also direkt zum anfang was nicht sehr gut ok mal gucken ob er jetzt hier beim weg offen ist, damit ich weiter kann ne jetzt bin ich das geht in die richtung hier was vielleicht gar nicht so verkehrt ist wo ist er nach oben? oh man oh man oh man hier ist offen ja ah ne hier war ich gerade schon ja hier ist alles zu ok ja und hier bin ich wieder am Anfang ne das war definitiv nicht der falsche schalter also hier probieren wir erstmal mit dem hier ja 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 du musst durch die gitter gucken weil du ja die dinge hauptile erst lief wenn ihr nicht die glase aber weil halt alles geht da sind muss halt auch in jedem teil des buchtes besser nicht kommen können das ist ein bisschen ok So, jetzt sind wir hier oben, aber jetzt ist mir das schon immer noch zu. Jetzt kommen wir hier weiter, ja, geschafft, speichern, direkt speichern, oh, Alter, jetzt wird meine Stimme los, was ist hier, gar nichts, okay, das ist gar nichts da, ist mir egal, oh mein Gott, was ist denn, okay, was ist denn ich Echo, mocks das ganze Beziehung sein? oh shit. jetzt was geöffnet kann ich nicht mehr wie die rätsel funktionieren muss ich nur diesen knopf drücken das war's dann oder muss ich noch was machen das sind oder welches ja vielleicht kann ich verstecken aber die mama hier ordentlich also so war da aktiviert ding vom nächsten wir haben die das einmal 20 wünsche heute verrichtig gelesen gott was gerade mal einmal 20 füge übrig oder du hast noch einmal 20 züge übrig hat also im nächsten rätsel sitzen wahrscheinlich 20 schalter oder ich verstehe die nachricht falsch ich habe es geschafft ohne schaden was geht so das heißt jetzt müssen wir so der nächste weg ist ja genau da wo ich hinschauen genau da wo ich hinschauen muss doch hin also quasi jetzt von uns aus gesehen wenn wir hier raus kommen treffe ich den nicht oder was ich muss hier nach links ist aber spannend wie wir nach links kommen ok erst wenn wir die linken schalter drücken auch nicht schon wieder diese fischer hier ist auch zu hier ist auch zu hier ist auch zu Ja, sieht gut aus. Ja! LOL, auf Anhieb. Nice. Also, diese Woche wird es viel besser als letzte Woche. Muss ich mir mal so zugeben. Oh, mein rechter Fuß ist eingeschlafen. Jetzt hast du wieder diese Scheiße. Guck mal, ich habe deinen Fehlers. Fuck my life. Okay. Äh. Mundans Werk. Bist du da fliegen? Oh, da ist noch einer. Guck dir das schon wieder her. Ah, stimmt. Ähm, hier ist nur das Ding. Okay. So, und hier geht es jetzt rein. So, weil ich das richtig verstanden habe, wir müssen jetzt hier 20 Felter sein, oder? Oh Gott, ich bin immer wieder weg. Und nein, ich bin auch geboren. Ja. Nee, das funktioniert so nicht. Jetzt sind schon wieder die gleiche Scheiße. Ich kann die nicht treffen, wo die nicht treffen können. Äh. So, aber die Frage ist, wo ist Bonny Feature nach? So, gucken wir erstmal, wo die nachgespornet sind. Also, wahrscheinlich hier im Raum. So, egal. Hier ist auch eine Nachgesporn. Ich will ihn bitte treffen. Oh, das ist doch peinlich. Okay, dann bin ich nicht. So. Sehr schön. Ähm. Oh Gott. Oh Gott. Kann ich hier alle erledigen? Nee, ne? Ich glaubte nämlich mal meine Superwaffe. Ähm. Welche von den vielen. So geht das? Nee, so geht's nicht. So geht's auch nicht. Nee, geht nichts. Das heißt, ich bin mir nicht, Ich bin mir doch ganz cool. Das heißt, ich bin mir doch nicht. Wir sehen uns. Oh Gott. Und dann, ich bin mir doch der Schleוט. Was? Oh Gott. Und dann, Ich bin auch gut. Oh Gott. Ich bin ich schon. Oder wenn weiß. Oh Gott. Hat schon mal nicht funktioniert? Na okay! Das geht tatsächlich sogar? Aber was ist denn das mit 1x20? Das weiß ich gerade. Ein einziger Schalter. Oder können wir jetzt noch 19 Schalter? Weil Exit ist auch ein Schalter gerade. Vor allem heilige Scheiße. Wo ist denn das Exit überhaupt? Werden wir es sehen, hoffe ich doch. Was muss ich jetzt machen? Keine Ahnung. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, holy shit, holy shit, holy shit, holy shit, holy shit. Geschafft! So, ich dachte mir jetzt noch ein Flash, ne, ne, nicht. So, Exit. Exit klar. Da ist noch ein Schalter. Gott. Woher kann ich denn überhaupt das Exit? Gehen wir schon mal, ne? What the Scheiße! Boah, Alter! Boah, Alter! Ich habe da zwei Projektilen ausgewischt, obwohl ich auf einer Treppe war. Auf einer fucking Treppe. Alter! Die Frage ist, was und wo ist jetzt das Exit? Ist das hier im Raum drinne, oder ist das einer von den vier Zielen, oder was? Also ich muss zugeben, das hinten sieht noch aus, als wenn da noch was wäre. Vielleicht ist das das Exit. Andererseits ist hier oben alles frei, vielleicht ist da oben auch das Exit. Was? 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 Wofür denn? Jetzt bin ich wieder oben. ich muss nach... nach wo denn jetzt wo? nach unten richtig? ah, da ist ein Klapphofer unten also einmal gerade auf, quasi aber hier ist alles zu das heißt, ich muss hier erst mal was aufmachen ja, hier ist alles zu, ok dann war das ja schon mal Schuss in den Ofen ich versuch mal den hier oh nein, ich lief ja schon wieder ich gehe jetzt hier zu ja, das ist Oslo oh, ich habe jetzt einen Händen ich habe jetzt einen Händen ich habe jetzt ein Klapphofer mit dem So, jetzt sind wir auf der Seite. Irgendwas, was ich öffnen kann, slash muss, slash sollte, slash nicht sollte. Nee, ich glaube, das ist lieber eine Sackkasse. Das war schon nicht das Richtige. Wo muss ich denn jetzt hin? Wo ist das jetzt Exit? Das ist ein Exit hat von Augenblick, ja, das ist ein schöner Napier. Ich habe mir gedacht, dass ich ein Vorrats-Exit hat, ja, war. Ich habe nicht gedacht, dass ich die Füße gar nicht geholfen habe. Ich habe nicht gedacht, dass ich die Füße gar nicht geholfen habe. Okay, ich habe noch 6% Leben. Das Reaktive zieht gar nichts mehr aus. Ja, okay, das war's ja. Wieso kann ich zur Seite schießen? Was ist das für ein Monodon? Witzig! Da kommt es doch! Ah, kommt es doch! Echse, Echse. Hier habe ich gerade angefangen. Ah! Wow! War ja so fantastisch. Nicht ganz genau rein. Mann, diese Vögel, die gehen auf das Voraus. Oh! 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 Das gibt's doch gar nicht. Nö, ich bin dann einfach durch. Okay, das gibt's nicht. Also so lange töten, bis ich es schaffe, mehr Fischer zu erledigen, bis ich wieder spawnen. Okay, ich schaffe es nicht. Nee, ich schaffe es nicht. Oh, das war noch. Oh Mann, das ist schon mal hier. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Die wohl hässlichste Kombination. Diese scheiß Vögel und diese scheiß... ...so großen, was immer die... wie auch immer die heißen. Wie soll man denn alle Gäste einmal im Auge behalten? Fick deine verfickte Fickmutter! Kein Bock mehr! Weg hier! Ja, du kommst jetzt, ich muss von vorne. Komm, 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 komm! Dattelbein machen wir den nächsten Nächstes Mal. Oh Gott!